so hallo und herzlich willkommen heute ein kleines tutorial wieder zu obs streamlabs und zwar geht es heute um die letzte donation und letzten follower der letzte sub anzuzeigen oder top donator was auch immer dass sie das quasi im live stream anzeigen lassen könnt das kann dann so ungefähr aussehen ich gehe mal gerade auf meine normale zähne da seht ihr jetzt hier oben last donator frozen 23 last sub last follower und das sehe ich immer wieder dass es gefragt wird und deswegen habe ich mir gedacht ich mache jetzt einfach mal eine neue zähne und zeige euch wie das ganz einfach mit streamlabs obs geht überhaupt kein problem da geht ihr einfach hier quasi auf füge neue in szene hinzugeht ihr auf stream labels klickt quelle hinzufügen dann macht ihr neue quelle hinzufügen dann habt ihr zb all time top donor also der was eben in in aller zeit am meisten gespendet hat hier gibt es donna train follow train subscription train und alles mögliche einzustellen also sucht euch raus was sie genau haben wollt wir gehen jetzt mal nach weiter unten followers most recent follower das ist also der letzte der eben euch gefollowt hat sondern habt ihr den test last follower könnt auch schreiben oder wie auch immer schreibt rein was sie wollt ja könnte auch dahinter was schreiben so ist am stüssel und dann könnt ihr schriftart größe und alles ändern und könnt auf fertig drücken dann habt ihr hier den text das war ein bisschen bisschen groß könnt ihr verziehen wie ihr wollt um den dann euch hinzupacken wo ihr wollt da kommt dann quasi jetzt immer der letzte follower kommt hier dann der name ist am stüssel und genauso könnt ihr dann ein zweites stream label hinzufügen wo er zum beispiel sagt ja session top donor also der der eben in dieses ist dieser einheit am höchsten gespendet hat so dann packt ihr den hier hin dann darüber und könnte beliebig viele dazu hinfügen und ja ist denke ich ganz easy mit stream labs geworden also ihr müsst nicht mehr mit irgendwelchen extra programm arbeiten und da was hinzufügen das war relativ kompliziert früher und ja wenn ihr natürlich dazu noch fragen habt schreibt es gerne in die kommentare wenn euch das video geholfen hat gebt gerne einen daumen hoch lasst auch gerne ein abo da es werden auf jeden fall noch weitere stream labs tutorials kommen wenn ihr irgendwas haben wollt oder wissen wollt erklärt haben wollt schreibt gerne in die kommentare und dann sage ich vielen dank fürs einschalten und bis zum nächsten mal ciao